Erntefrisch Erntefrisch, was das Bikot bedeutet, zeigen wir Ihnen heute am Beispiel der Schweizer Tomaten. Das sind die schönen Tomatengärten, sorgfältig gepflegt mit viel Mühe und Erfahrung. Denn das Tomatenpflanzen ist hier noch Familientradition, die beste Garantie für höchste Qualität. Sorgfältig werden die Tomaten abgelesen, wenn sie die richtige Reife haben. Tomaten werden nach den strengen Qualitätsvorschriften von Gobe kontrolliert und verlesen und auf Bürsten schonend gereinigt. Dann werden sie vorhand sorgfältig verpackt. Gerade richtig zum Verkauf in Ihrem Gobe-Laden. Sie sehen, die Erntefrische Qualität bei Gobe bedeutet viel Leistung, Erfahrung und Schnelligkeit. Denn auch bei den Tomaten gilt, heute geerntet und morgen im Gobe-Laden. Zum Anfangen die aktuellen Preislager. In den Gobe-Warenhäusern gibt es jetzt verschiedene Artikel zum Einheitspreis von nur 15 Franken. Zum Beispiel der Isolierkrug, das Salat-Set oder die Personenwage-Söhnle. Jeden Artikel nur 15 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Gobe grillfertige Goldstart-Boulet. Das Kilo statt 6,10 nur 4,90. Gobe-Mineralwasser statt 50 nur 40 Rappen. Zwei Flaschen Timotei-Shampoo statt 6,80 nur 5,50. Zwei Flaschen Beldam-Baby-Shampoo statt 4,20 nur 3,20. Zwei Flaschen Palmolive-Baby-Shampoo statt 6,40 nur 4,50. Und nur morgen über Monat und am Samstag ein Zitronen-Cake statt 2,70 nur 2,10. Und die Banane das Kilo nur 1,90. Auf Wiedersehen!